Heute zu Gast bei Hour of Power, Annie Beiler, die Gründerin der Kette Aunt Annie's Pretzel Stores, berichtet, wie ihr Glaube an Gott ihr Leben gerettet hat, als ihre 18 Monate alte Tochter bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Der 8. September 1975 veränderte mein Leben für immer. An diesem Morgen ging Angela heim zu Jesus. Sie starb auf einer Farm. Meine Schwester hatte sie mit einem Traktor überfahren. Dann tritt eine unglaubliche Familie, die Annie Moses Band, zum ersten Mal in der Crystal Cathedral auf. Sind Sie zuversichtlich oder zweifeln Sie, was Ihre Zukunft angeht? Pastor Schuller hat die Antwort. Hier ist es. Seid zuversichtlich darin, dass Gott, der das gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power mit Robert Schuller Die Hour of Power mit Robert Schuller Die Hour of Power mit Robert Schuller